Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 22. Januar. Heute haben wir dabei Vodafone, Apple Card, Spotify, Google und Sonos. Beginnen tun wir mit Vodafone. Die verlassen jetzt die Libra Association, das ist halt Libra, die Währung, die Kryptowährung, die Facebook initiiert hat und die schon in den vergangenen Monaten diverse Partner verloren hat. Dort ist es jetzt so, dass entsprechend Vodafone auch aussteigt. Die geben mal andere Gründe an als die bisherigen Partner, denn bei Vodafone geht es wohl darum, dass sie sich auf ihre eigene Zahlungslösung M-Pesa fokussieren möchten. Und M-Pesa ist zur Zeit in sechs afrikanischen Ländern aktiv und sie wollen anscheinend mehr machen. Ja, und Libra hat einen Partner weniger. Bleiben wir mal beim Thema Geld. Die Apple Card, die Kreditkarte von Apple, die ja bei uns in Deutschland noch nicht verfügbar ist und auch nicht in der Österreich und der Schweiz, die ist in Amerika ja durchaus erfolgreich und hat jetzt ein neues Feature bekommen, auf was viele schon gewartet haben. Man kann seine Ausgaben nun exportieren und zwar ganz genau, man kann sie exportieren in ein CSV. Ja, damit sind dann alle Möglichkeiten gegeben. Man kann das Spreadsheet in Numbers, in Excel oder sonst wie eröffnen, importieren, nutzen, ändern und natürlich funktioniert dadurch auch der Import in andere Finanzprogramme. Und sehr schön, hätten sie ruhig mal von Anfang an machen können. Jetzt kommt es endlich. Also ansonsten wäre ganz gut, wenn die Karte vielleicht mal kommen würde. Dann könnten wir die halt hier auch testen. Ja, nächstes Thema Spotify. Die sind überraschenderweise der Nächste, der eine Story als Feature anbietet. Also Spotify Storys wird es geben, werden gerade getestet mit Influencern und die Storys sind halt wie bei Instagram, Snapchat und Co. Man hat ein Vollbild, hochkant. Oben sieht man, wie viele Storys noch kommen. Also ganz klassisch. Und in der Voransicht bei den Personen, die die Storys-Funktionen halt haben, gibt es einen kleinen Kreis und der teasert schon ein bisschen an, was da drin ist. Und Sinn der ganzen Sache ist es, dass Influencer so ein bisschen Kontext rund um ihre Playlisten geben können. Ebenso können sie natürlich auch kleine Musik-Snippets da reinpacken. Und das Ganze soll wirklich zur Entdeckung von Musik dienen. Deswegen wird es zur Zeit auch nicht an Künstler rausgerollt, wie man so schön sagt. Sprich, die würden dann natürlich das als Promo benutzen und einfach sich selber bewerben. Aber das will Spotify wohl nicht. Sie möchten, dass Spotify-Storys von ausgewählten Influencern dazu genutzt werden, dass weiter das Thema Musik und deren Playlisten gepusht wird. Spannend auf jeden Fall. Mit denen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich warte ja immer noch auf LinkedIn-Storys. Nächstes Thema. Google. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass der Support für Google Chromebooks erweitert wird. Bislang war es ja so, dass nach sechs Jahren Schluss war mit Updates für Chromebooks. Und jetzt wird das Ganze auf acht Jahre hochgeschraubt. Also zwei Jahre mehr. Sprich, wenn man sich jetzt ein Chromebook kauft, dann wird man noch bis Juni 2028 Updates bekommen. Und das soll dann auch für die kommenden Chromebooks, die man sich entsprechend kauft, entsprechend acht Jahre in der Zukunft liegen. Gute Sache. Ich glaube, nach acht Jahren hat so ein Teil auch seinen Dienst getan. Letztes Thema für heute. Sonos. Die stellen nämlich jetzt den Dienst bzw. den Support für ein paar ältere Geräte ein. Das sind teilweise wirklich alte Geräte. Zum Beispiel die Bridge. Die CA200. Die sind halt alle Verkaufsstart 2007, 2009. Die erste Generation, der Play 5, ist auch 2009. Und den Zone-Player, den Connect und die Connect App. Nicht App, Amp. Die wurden teilweise noch bis vor ein paar Jahren verkauft. Also bis 2015. Und dementsprechend, ja, es wird keine Updates mehr geben. Die Geräte funktionieren weiter. Aber vielleicht nicht im großen Ganzen mehr so toll. Weil entsprechend halt neue Features, neue Updates, die ja auch mal teilweise miteinander reden müssen. Das ist schade. All diese Geräte sind auch in deren Trade-Up-Programmen, indem man diese dann einfach zu Elektro-Schrott macht und sich damit einen neuen Gutschein erkauft, in Anführungsstrichen, um ein neues Sonos-Gerät zu kaufen. Das ist derart schräg. Das ist auch derart umstritten ist aktuell. Und ja, gucken wir mal, ob da noch was passiert. Ansonsten, vielleicht finden sich ja auch ein paar findige Bastler, die aus den alten Sonos-Geräten noch was machen können. Sie können es ja auch oben sourcen. Es gibt viele Möglichkeiten. So, das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen tollen Mittwoch, Mitte der Woche. Bleibt positiv. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.